Musik Tausend und eine Nacht, tausend und eins Geschenke. Grüezi miteinander, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Achtet Sie auf das Geschenksjournal von Ihrem Goop-Warenhaus. Und nehmen Sie das Jackpot los mit, es gibt Warengutscheid zu gewinnen im Wert von 25'000 Franken. Aber natürlich haben wir auch an die kleinen Künstler gedacht. Holet euch doch diesen Bastelbogen im Goop-Warenhaus und zeichnet, malt oder klebt euren Weihnachtsbaum. Zu gewinnen gibt es 480 Jugendsparheften zwar im Wert von 24'000 Franken. Und jetzt nimmt es mir aber Wunder, wenn wir doch mal schauen. Ich, ich nehme das hier. Musik Ja, vielleicht geht aber auch dieser Wunschtraum in Erfüllung. Und da hat es noch mehr von diesen 1000 und 1 Geschenkideen. Lieber jetzt daran denken. Aber auch dieser Wunsch wird erfüllt. Musik Bei Goop gibt es jetzt ein preisgünstiges Skiangebot von der bekanntesten Weltmarken wie Rossignol, Fischer, Blitzart und Atomic. Und zwar drei verschiedene Skitypen, die dem Können und der Fahrweise von jedem Einzelnen angepasst sind. Nämlich Sportive, Komfort und Kompakt-Ski. Für die Skikanonen, die sportliches Fahren bevorzugen und sich auf allen Skipisten und Schneeverhältnissen zu Hause fühlen, für die hat Goop das Sportive-Programm mit Qualitätsmarken parat. Wenn Sie aber ganz einfach zügig und ausgewogen fahren und schätzen Sie eine gute Griffigkeit und eine leichte Skiführung, dann ist ein so ein Komfort-Ski aus diesem grossen Goop-Angebot genau das Richtige für Sie. Der Blitzart Ultra mit dieser BFU geprüften Salomon-Bindung ist jetzt bei Goop besonders günstig. Aber auch ein grosses Qualitätsangebot gibt es bei Goop an Kompakt-Ski. Und zwar für die Anfänger bis Mittelklassefahrer. In allen Goop-Warenhäusern und in den grösseren Goop-Centern kommen Sie jetzt alles über, was Sie für den Wintersport benötigen. Unter anderem auch die bekanntesten Qualitäts-Skischuhmarken wie Heierling, Nordica und Reichle. So, und jetzt rein in die warme Stube. Übrigens, haben Sie noch genug Heizöl? OK Goop bedient Sie sofort und zu den günstigsten Tagespreisen. OK Coop, das ist Ihre Spezialist für Heizöl, Kohle und Schmineholz. Ja, und falls Sie jetzt noch Hunger gegeben haben, trifft sich das gut. Ja, schalten wir rüber in die Studioküche zum Coop-Rezept von dieser Woche. Grüezi miteinander. Diese Jahreszeit ist ideal für eine Berner Platte. Alles, was es dazu braucht, kriegen Sie bei Coop. Wir haben über Nacht ein Päckchen teure Bohnen eingeweicht. Eine besteckte Zeebeln und Suppenfleisch werden 40 bis 50 Minuten im Dampfkochtopf weichgekocht. Während dieser Zeit werden die gehackten Zeebeln und Bohnen im Fett gedämpft, mit 2 Deziliter Bouillon abgelöscht und den Speck draufgelegt. Nach einer halben Stunde kommen die Herdtöpfel dazu und die Zungenwurst. Das Ganze wird nachher noch einmal 30 Minuten fertig gekocht. Die Bohnen und die Herdtöpfel richten wir auf einer vorgewärmten Platte an. Garnieren sie mit dem geschnittenen Fleisch, der Wurst und dem Speck. Das Rezept von der Berner Platte steht diese Woche in der Korbzeitung. Ich wünsche einen guten. So, wir danken Ihnen fürs Zuschauen. Und wünschen noch einen schönen Abend. Und achten Sie jetzt noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Das sind alles Artikel, die Sie täglich brauchen können. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei grob Midi-Gonfi, Vierfrucht 1 Kilo statt 13 nur 2,40. Aprikose 450 Gramm statt 2 Franken nur 1,50. Schwarze Kriese 450 Gramm statt 2,50 nur 2 Franken. Erdbeere, Frutina 430 Gramm statt 2,50 nur 2 Franken. Weihnachtsstern mit mehreren Blüten, 1 Pflanze nur 4,50. Ankel Benz Reis 900 Gramm statt 3,20 nur 2,50. Vitamin Reis 1 Kilo statt 2,10 nur 1,60. Wienerli 2 Paar an 100 Gramm, Wack verpackt, statt 2,50 nur 2 Franken. Und nur morgen über morgen und am Samstag Satsumas Mandarinen, 2 Kilogramm Netz, 2,20. Auf Wiedersehen!